Big M. Diese Krone-Maschine gilt seit über 20 Jahren als Inbegriff für beste Mäharbeit und pure Schlagkraft. Die neue Baureihe Big M 450 präsentiert Krone mit zahlreichen Innovationen. Die Arbeitsbreite liegt mit den drei Mähwerken bei 9,95 Meter. Damit sind Flächenleistungen von 17 Hektar je Stunde möglich. Angetrieben wird der Big M 450 von einem Liebherr-Motor mit 12 Liter Hubraum und 449 PS. Die gefederte Kabine stammt aus dem Krone-Häcksler-Programm und liefert dem Fahrer beste Arbeitsbedingungen. Die drei Mäheinheiten sind mit den besonders robusten Heavy-Duty-Mähholmen ausgestattet, einschließlich der bewährten Krone-Safecut-Fremdkörpersicherung. Komplett überarbeitet wurden die Mäheinheiten und deren Antrieb. Die Seitenmähwerke besitzen einen durchgehenden V-Stahlzinkenaufbereiter. Der seitliche Antrieb erfolgt über Gelenkwelle und Powerbelt. Der hydrostatische Fahrantrieb verleiht jedem Big M ein herausragendes Handling. Die drei Mähwerke können einzeln arbeiten. So ist auch das Mähen von kleinen oder unübersichtlichen Flächen einfach und schnell gelöst. Big M ist der absolute Mäher-Spezialist. Das bedeutet im Alltag draufsetzen und losfahren. Im Straßenbetrieb wird das hydraulisch höhenverstellbare Fahrwerk abgesenkt. So ist der Big M 450 mit 4 Meter Transporthöhe und bis zu 40 Stundenkilometer unterwegs. Einfach und bequem erfolgt der Wechsel von Transport in Arbeitsposition. Für eine maximale Bodenfreiheit im Feldbetrieb wird das Fahrwerk automatisch um 15 Zentimeter angehoben. Im Feldeinsatz liegt die Motordrehzahl bei 1650 Umdrehungen die Minute und der Big M 450 kann mit bis zu 25 Stundenkilometer gefahren werden. Big M ist ein echter Hochleistungsmäher und überzeugt in jeder Einsatzaufgabe. Mit beidseitig geöffneten Schwadhauben wird das gemähte und aufbereitete Material über die drehenden Schnecken hinweggeworfen und über die gesamte Arbeitsbreite von fast 10 Metern breit abgelegt. Mit einseitig geöffneter Schwadhaube legt der Big M 450 teils breitflächig und teils in Schwadablage ab. Bei geschlossener Schwadhaube wird das Mähgut von den großdimensionierten Schnecken zur Maschinenmitte geführt und abgelegt. Optimal ist diese Teilbreitenablage an Feldrändern. Nachfolgende Arbeiten können sauber und zügig durchgeführt werden. Eine Besonderheit des Big M bietet die Teilbreitenablage in Kombination mit einer Hin- und Rückfahrt an. So legt der Big M 450 mit fast 20 Meter Arbeitsbreite auf nur 12 Meter ab. Nachfolgend wird das Erntegut mit einem Krone Swadro 1400 bequem von 20 Meter Mähbreite zu einem Schwad zusammengeführt. Mähen, aufbereiten und alles in einem Schwad ablegen. Der Krone Big M 450 kann auch dies. Mit beidseitig geschlossenen Schwadhauben wird in einem Arbeitsgang das gemähte und aufbereitete Material von allen drei Mähern zu einem Schwad zusammengeführt. Die Mähsaison ist oft kurz und intensiv. Dafür macht das optionale LED-Paket mit 360-Grad-Beleuchtung die Nacht zum Tag. Alle Scheinwerfer einschließlich der Wartungs- und Aufstiegsbeleuchtung sind in LED-Technik ausgeführt. Das gibt Sicherheit und verbessert erheblich die Rundumsicht unter allen Lichtverhältnissen. Big M 450. Dieser Selbstfahrer ist weltweit der absolute Spezialist für alle Mäharbeiten. Big M 450. Mähen mit fast 10 Meter Arbeitsbreite, intensiv aufbereiten und ablegen in einem Schwad. Big M 450 besitzt eine enorme Leistungskapazität und überzeugt in jeder Betriebsform, gleich ob Großbetrieb, Lohnunternehmen oder Maschinengemeinschaft. Big M 450. Technik von Profis für Profis.